ja welcome back bei fifa 14 mit dem sc freiburg hier im karrieremodus als nächstes steht das spiel an gegen swansea city die mannschaft aus der premier league da gehen wir mal gerade rein und wir spielen auswärts auf der insel ich nehme mal an bei schlechten wetter gucken mal gleich ja ich denke mal das ist nee ich spiele gerne in dem ding ich finde es einfach geil und ja swansea in weiß das heimtrikot ganz normal denke ich mal sollte mal gut sehen können wo wunder es ist schönes wetter zumindest heiter in england schönes kleines schnuckeliges stadion molten road ich wollte ja mit einer etwas veränderten mannschaft spielen kann mal gucken hier ja die sind alle nicht so wahnsinnig müde ich gucke einfach mal gerade wie es aussieht günther zum beispiel für die linke verteidigung position möchte aber gerne auf der rechten seite auch noch wechseln wo ist denn der auch der heden ist da wieder ganz unten julian der kommt auf jeden fall mal mit für nicht immer die beiden die spielen der kann für ginta mal rein nein nicht die jan mr fehler teufel dafür kommt höhen heute mal von beginn an zuck linke seite denke ich mal passt so freis nee die fängt heute an rechtes mittelfeld da haben wir ja klaus der spielt heute auch kehrt nämlich mit für pila das gibt dann heute mal wirklich mal einen kompletten neustadt kann man die sagen die haben ja so schon mal zusammen gespielt schuster kapitän nee nee das mache ich nicht also zumindest der schuster muss stehen bleiben also wenigstens eine konstante kokler der kann aber mitfahren für gelson fernandes sondern wir den noch hier unten terrazino gd nehmen gd mal mit für anke so ich hoffe ich habe jetzt mal alle weg die nicht unbedingt spielen müssen darida und schuster für darida da habe ich auch keine richtigen der da spielen könnte dann lassen wir die beiden stehen dann passt es ist schon ein bisschen verändert jetzt wenn man ehrlich ist und das wird glaube ich nicht einfach wir dürfen nicht vergessen wir spielen auf weltklasse wird interessant so dass hier das konnte ich eigentlich mal ja ihr seht 4000 punkte in einem schuss abgestaubt wenn das spiel hier so läuft dann war das glaube ich ein ganz gutes omen ach gott ist der groß meine fresse was ein mutant es ist das tschuldigung also da dürfte ja zumindest heute mal nichts passieren was ihm mit langen bellen zu tun guckt euch den kerl mal an da der jetzt wurde von rechts meine herren also der hat ein bisschen mehr zaubertrank abbekommen als obelix glaube ich sehen ob wir hier noch sehen das ist ja abnormal ich weiß gar nicht ob man das in den statistiken gucken kann wie groß die sind also der ist mit sicherheit ganz nah an der 2 meter marke da haben wir kanjas spanier von swansea city höchstens immer gerne wo der michu ist ich habe jetzt gerade nicht auf die mannschaftsaufstellung bei denen geachtet ob er wirklich da gestanden hat so da haben wir die tabelle es ist egal was heute passiert also da kommt jetzt erst die mannschaft ja dass ich leicht verwirrt bin das kennt er ja schon wilfried boni das tier vorne nummer 10 micho habe ich gerade auf der bank noch gesehen das verwunderlich dass der gar nicht spielt das ist meiner meinung nach eigentlich der spieler von swansea city und da ist unsere mannschaft ganz junge truppe auf der bank auch nur eigentlich ja drei spieler die sonst stamm spielen der rest auch zu hause in freiburg und dreht däumchen natürlich nicht die sitzen natürlich vor dem fernseher und feuern die flaumen an die heute hier am platz stehen ich bin gespannt zweites spiel auf weltklasse zweites mal auswärts das fängt schon mal nicht schlecht an mimidi hatte den ball eigentlich schon sieht die schnell die spielen ich habe eben bei berghi geguckt gegen düsseldorf war das spiel baumann was macht der baumann da ist der komplett verrückt und ich glaube manche das gefühl ich habe nur mit wahnsinnigen zu tun ihr habt doch gedacht er geht dahin und fängt den mann 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 also der kann doch nicht wach gewesen sein weil ich so den schlaf aus den augen gerieben also das ist echt unglaublich die aktion so dass es zuck der sollte ihn eigentlich unten hin nicht so ganz wie ich wollte mir die jahre ist verdammt knappe geschichte wir wollen auf jeden fall heute ein bisschen offensiver spielen ihr habt keinen bock auf mauerei muss ja nicht sein ist ja egal wie das spiel ausgeht wir wollen ein bisschen was versuchen nach vorne der muss weg weil muss weg schuster ja man merkt schon wie die die initiative übernehmen die können natürlich noch rausfliegen haben wir ja angesprochen wenn nötig gewinnt und wir hier in punkt holen dann wird es eng also um sicher zu gehen müssten die hier schon irgendwo auch die drei punkte eben holen langer ball aber gar nicht so schlecht gar nicht so schlecht haben den ball sofort wieder habe ich auch gar nicht darauf geachtet welchem system die auflaufen sehr schön von war das denn war das höhen so sehr schön gemacht jetzt außen von zuck da haben sie sofort wieder da ja ich weiß gar nicht nach dem vornamen ob es nathan da ja ist man verlangt auf jeden fall können wir erst mal klären er pfeift hier irgendeinen vorteil ich weiß noch nicht für wen anscheinend für uns kommt ja nicht allzu oft vor da müssen wir mal ja ein bisschen warten so oben läuft einer das war der falsche man wenn der ball weiterkommt das ist irgendwie nicht unsere stärke diese langen hohen bälle da haben wir nicht das tempo für jetzt vielleicht mal ein bisschen sind offensiver die leute anleinen geht ihm doch entgegen die blaume darida ich habe nicht so richtig bock heute sind die aggressiv mann oh mann den müssen den zahn ziehen weil die versuchen natürlich jetzt uns hier sofort zu beeindrucken das müssen wir natürlich irgendwo versuchen zu nutzen vielleicht durch den konter so stellen auch gerade ein da hat es einen gelatzt von uns aber ohne konsequenz linke seite ist mir momentan einfach lieber als die rechte der ist nicht nur vorne gut der ist auch wirklich hinten absolut klasse mann holt sich den ball da der war nicht schlecht gespielt der war nicht schlecht gespielt flanke kommt und wir kommen dann nicht zum mann und mal wieder pennt baumann also bei hohen bällen ist baumann wirklich eine schwachstelle wir sehen es jetzt noch mal hier was will der da der muss mal in richtung ball gehen der muss ja nicht vorne am langen am kurzen wirst du stehen bleiben meine güte natürlich dass hinten das duel da noch verloren wird kommt natürlich dann auch noch zusammen das ist schon wirklich ein brocken auf weltklasse das ganze so rechte seite jeden start so jetzt haben wir mal ein bisschen platz das ist günther schön auf zuck zuck mit der flanke der ist nicht schlecht aber auch nicht gut genug so das ist er oh da hat er gepfiffen ah jetzt habe ich den schmied nicht am platz jetzt habe ich den schmied nicht am platz wo ist freistoß präzision da ist der reader relativ gut schuster ist noch besser ich glaube wir haben uns den freistoß schützen gefunden jetzt haben wir glaube ich mal die möglichkeit hier die möglichkeit ich weiß nicht soll ich außen rum versuchen aber das ist auch eine möglichkeit ja so möglichkeit schuster schießt da war nicht viel platz der hat noch das netz oben weggefegt da sehen wir es noch mal der streift das netz oben bisschen zu viel druck hinter schade so stellen die bisschen offensiver jetzt die leute und das ist wirklich ein bisschen viel jetzt offensiv aber warum nicht jetzt kurz vor der halbzeit jetzt haben wir versucht in den ball mal zu holen die können schon was am ball ne außen an der außenlinie so vorbeizugehen oder sich dazu behaupten das ist schon nicht schlecht ja die locken uns man sieht es das sind nicht blöd jetzt renne ich den um ja klaus hat versucht aber klappt nicht ganz jetzt vorsicht außen eben start so seiten wechsel schuster hat mir jetzt mal ein bisschen platz vielleicht unten den anspielen zog sehr schön der geht jetzt ins laufduell muss aber abremsen jetzt vielleicht mal langen ball ist aber abseits schade ach gottes willen da sind ja gleich 30 meter abseits jetzt nochmal kurz alles probieren hier kurz vor der halbzeit wir warten noch auf das erste tor in der ersten halbzeit fällt es zumindest nicht mehr ja ich weiß nicht wie ihr das seht für mich ist das ein torwartfehler beim 1-0 das ist einfach zu lahmarschig das hat er ja auch vorher schon gezeigt bei der Möglichkeit ganz am Anfang das ist die hier da ist er ja auch zu langsam da muss er normalerweise den ball auch fangen ja gottes war nicht der rede wert das ist alles nicht schlimm es ist alles nicht schlimm es funktioniert nicht schlecht also der ball nach vorne lief einigermaßen wenn wir diesen druck von denen mal kurzzeitig entfliehen konnten das ist alles dicht das ist wirklich alles dicht nicht so einfach ich verstehe die Leute teilweise nicht dann laufen die dann bleiben die stehen dann gehen die zurück warum was macht er da vorne im Abseits ich hätte unten spielen können da war ein bisschen mehr Möglichkeit weil der wäre nicht im Abseits gewesen ich glaube ein Medi war das sehr schön jetzt holen wir zumindest mal die Bälle wieder so da oben ist Platz so jetzt da mal zuck zuck ist durch zuck flankt den rein und das ist klasse ja ich mag diesen Jubel ich mag ihn einfach das ist halt ein bisschen anders sonst war noch diese eingesprungene das war wirklich super jetzt das war klasse von zuck da außen und auch der pass vorher das war wirklich so perfekt getimed keine Chance für Swansea ok und jetzt legen wir sofort nach hoffe ich ne Medi ne Medi Ball nach außen das ist kein Abseits und jetzt haben wir den Zuck da außen schon wieder da haben wir den schon wieder schade diesmal kommt das Ding nicht an jetzt müssen wir natürlich hinten aufpassen ja Begleitschuss für Bouni die haben alle Angst scheißen sich alle ins Höschen schön aufgepasst von Günther der junge Mann so linke Seite das ist eindeutig besser jetzt als die rechte wieder zuck klasse vorbei oh schade kommt ihr wieder an den Ball jetzt komm geh mal geh mal bis Abseits ja sehe ich ein aber nicht viel nicht viel ein bisschen zu früh gestartet der ne Medi meiner Meinung nach wir haben 60 Minuten gespielt wir können mal kurz hier reingehen können mal gucken wie das hier mit der Fitness frischer aussieht ja bei Schuster merkt man das jetzt deutlich Höfler ist Kapitän das kann ich jetzt nicht mehr ändern das ist schade habe ich natürlich vorher vermasselt ist ganz klar Cockler nehm mal rein ne linke Seite zuck der ist relativ müde könnte ich Kerk bringen aber ich will ja eigentlich gar nicht so viel wechseln das sollte eigentlich schon in Ordnung sein Cockler für Schuster also eigentlich der Kapitän geht von Bord was in dem Spiel nicht ist aber das bin ich noch beim Manager gewohnt das ist teilweise wenn du die von der Position wechselst das ist dann wirklich der Kapitän mit der Position verschwindet und damit wechselt das ist hier nicht so jetzt Achtung Boni vorne Achtung Boni ich sehe nur Boni ja das habe ich jetzt komplett verpennt hin komm 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 Baumann die sind wahnsinnig kopfbar stark also auch die kleinen hier die Gußmann der hat ja auch das 1-0 gemacht so wahnsinnig kopfbar stark so wahnsinnig kopfbar stark oh der mäht den ab das muss noch mal so Open Foul werden ja war ne harte Geschichte kann man mal Gelb geben der geht ja voll auf die Knochen und dann noch meckern hier so haben wir das gerne so das hat sich komplett gedreht jetzt dann noch erste Halbzeit habe ich ja immer versucht die ähm in der rechte Seite ach ist ja ärgerlich ärgerlich bisschen zu steil habe ich ja versucht die rechte Seite so ein bisschen mehr mitzunehmen über den Klaus und ich hab mir gedacht hab der Klaus ist schnell aber der Zuck hat das so klasse gemacht wir stehen sehr offensiv ich weiß es ist ihr seht es ja könnte Selbstmord sein aber das hat eigentlich meiner Meinung nach besser funktioniert wohohohohohohoho die wollen es die wollen es wissen die stehen nämlich dann auch offensiv Mimedi du bist doch schnell zeig doch mal was so ich glaube ich geh nochmal rein wir haben jetzt 74 Minuten ähm hier wird es nämlich jetzt langsam dünne jetzt müssen wir doch den Kerk reinbringen Wie sieht es hinten aus? Mimidi, da habe ich ja GD noch mit. Vielleicht vorne auf die Weise nochmal einen Stoßstürmer reinschmeißen, der den Leuten weglaufen kann. Weil logischerweise haben die natürlich jetzt auch nicht mehr die Frische des Beginns. Also da auch natürlich Tribut zollen müssen. Schade. Aber das pfeift er. Also das ist mal ein guter Schiedsrichter, der hier. Da haben wir einen klasse Flanke gegeben. Also ich glaube, Zug ist sowieso eine der Überraschungen. Das war das Spiel gegen Frankfurt, als er getroffen hat, dass er dieses 2-0 macht, was wirklich wahnsinnig gut rausgespielt war. Und er den Abschluss sucht im Stil eines Klasse-Stürmers. Und heute die Vorlage, das war Astrein. So, wir stehen wieder mal sehr weit oben. Also das dürfen wir jetzt nicht verlieren hier, den Ball. Ansonsten haben wir ein Problem. Okay. Swansea wartet. Das ist Hedonstadt. Jetzt haben wir nämlich verloren. Haben die Passwege gut zugestellt, die Jungs. Aber den holt er sich klasse wieder. Der Hedonstadt. Super. Vom Norweger. So, befreit haben wir uns. Das ist auf der linken Seite. Da haben wir jetzt Darida. Mit der Drehung. Ball kommt rein. War ein bisschen zu kurz. Ein bisschen zu kurz. So, Jungs, kommt. Nach hinten. Das muss man jetzt irgendwie versuchen zu retten hier. Das muss so Absatz gewesen sein. Nicht wie der Elfmeter oder sonst irgendein Blödsinn hier. Dann lieber so. Dann lieber so klären. Der ist sogar noch im Spiel. Ah, Mensch. Das hätten wir fast Weltklasse da hinten rausgespielt. Wenn der sogar noch im Spiel geblieben wäre. Shelby, ausgeliehen von Liverpool. Also auch ein Spieler mit Qualität. Das Außenaufpassen. Leute, Leute, Leute. Nicht so hektisch da hinten. Manchmal hätte ich mir ein bisschen mehr hektisch gewünscht. Nein, 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 nein. Komm weg mit dem dämlichen Ding da. Weg mit dem Ei. Ist es denn so schwer? Leute, Mensch. Da macht der... Ich glaube, ich werde verrückt. Da spielt der mit der Hacke. Und Shelby hier verloren. Der ist doch bekloppt, der Kerl. Leute. Macht was. Macht was. Oh. Himmelswillen. Das nimmt ja schon Wolfsburg-Formen an. Also die haben wir da auch so hinten reingeschnürt. Hätte ich es da fast wieder noch vermasselt. Das hätte ich mir nicht verziehen. Wenn das jetzt noch schief gegangen wäre. Das wäre nämlich eine absolut unnötige Niederlage gewesen. Aber du kannst es dir nicht leisten zu schnarchen. Wirklich. Auf Weltklasse. Die bestrafen das sofort. Hier, da könnte ich mich immer noch drüber aufregen. Über die Geschichte hier. Das hat nämlich einfach gezeigt, dass der Baumann heute nicht so richtig am Platz war. Hier geht er erst hin. Dann klebt er auf der Linie. Und hinten köpfen sie ein. Ich meine, ich kenne das halt so, dass der Torwart mitgehen muss. Wenn der Ball flankt, er geht in die Mitte, der Torwart. Und er hätte ihn fast noch gehabt. Da haben wir es nochmal. Junge, Junge, Junge. Gott sei Dank kommt er da noch hin. Der Schollier. Ja, das war nicht unbedingt verdient, dieses Unentschieden. Wir haben ganz gut mitgemacht, was den Ball, was jetzt angeht. Schussgenauigkeit gruselig. 33 Prozent. Aber, und das ist es. Und das hatte ich mir auferlegt. Passgenauigkeit. Übeln, übeln, übeln. 84 Prozent. Das sieht schon mal viel besser aus, als das, was wir sonst haben. Mitte 70. Anfang 70 Prozent. Da haben wir heute mitstinken können mit Swansea. Die natürlich das Ding hier hätten gewinnen müssen. Pfosteschuss. Druck ohne Ende. Gott sei Dank ist es gut gegangen. Wir gucken mal rein. Was hat denn die Mannschaft gemacht? Flanken nicht. Aber gut, bei Flanken, da sehen wir es jetzt gerade. Wo ist er? Der Hendrik Zuck. Eine von drei ist angekommen. Das war die passende. Die wichtige. So, Spielbewertung. Kerk bekommt keine Note mehr. GD auch nicht mehr. Das ist aber ein bisschen unfair. Wenn wir jetzt mal sehen. Hier Höhn mit einer 5,7. Höfler 5,6. Felix Klaus 5,6. Jetzt auch da hinten noch der Schuster mit einer 6,0. Also ich finde, die haben gut gekämpft. Zuck mit einer 7,4. Das war mit Günther der beste Spieler. Und das freut mich wahnsinnig für Günther, dass er das so toll genutzt hat. Ich glaube, wir haben hinten keine Probleme. Zumindest auf den Außenpositionen nicht, was die Verteidigung angeht. Innen eventuell. Aber naja, muss mal gucken. Auf Höhen halte ich ja eigentlich auch große Stücke. Vielleicht in Zukunft dann Günther und Höhen hinten. Aber Julien mit seinen 2 Metern, da kann man auch jetzt nicht unbedingt sagen, dass man den abschreiben sollte. Also wir haben schon eine gute Qualität da in der Mannschaft. So, gehen wir weiter. Tausende Ergebnisse auf einen Schlag. So, wir haben eine Nachricht. Das ist von Felix Klaus. Wenn ich das gerade oben richtig gesehen habe. Er sagt, ich bin wirklich glücklich, dass ich so oft eingesetzt werde. Danke, Trainer. Tja, wie kann man das am besten einfordern? Mit Leistung, das ist es nämlich. Das war heute nicht schlecht. Das war heute nicht schlecht von den Jungs. So, wir müssen mal gucken jetzt. Das Spiel gegen Hannover, das ist in 2 Tagen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt da mit der gleichen Mannschaft spielen wie gerade. Also wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir jetzt wieder unsere Top-11 draufsetzen. Mit ein paar Abstrichen. Darida zum Beispiel, Müde, vielleicht Schuster. Schauen wir mal. Wir gehen auf jeden Fall hier gerade das Ding vor. Pressekonferenz. Schuster hat abgelehnt. Meine Gehaltsforderung wurde nicht erfüllt. Bin ein wenig enttäuscht von diesem Angebot. Möchte weitere Möglichkeiten abwägen. Tja, er steht nicht zur Verfügung, was die Verhandlungen angeht. Habe ich mich jetzt da verzockt? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall noch einen Spieler von den Grashoppers Zürich. Ein Susi Toko. 23 zentrales offensives Mittelfeld. Ja, haben wir da Platz? Ja, können wir noch gucken. Können wir mal scouten lassen. So, und noch aus Belgien. Auch ein Spieler. Das ist Chimi Durmas. Ein Schwede vom FC Brügge. Linkes Mittelfeld. Temporeich. Ach, das dauert noch. Das dauert noch. Ah, die sind ausgelastet. Ich weiß, wie lange dauert das hier noch? 30 Tage. Der ist vollständig. Ja, ist hier sonst noch irgendeiner? Aber warum braucht der so lange? Was macht der? Nimmt der an ihm sein Leben teil? Oder was braucht der da 30 Tage? Mann. Tja, es nimmt auf jeden Fall Formen an. Das können wir vielleicht mal dazu sagen. Hier unten haben wir noch einiges. Yasine Shikawi. Da können wir mal reingucken. Das ist er. Bericht vollständig. Ja, das ist natürlich noch nicht. Ihr seht das hinten. 65 bis 81. Ich denke mal, das müsste wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gescoutet werden. Aber die grobe Geschichte sehen wir mal. Balance ist gut. Stellungsspiel ist klasse. Der ist relativ groß, 1,89. Was nicht unbedingt sein muss für den zentralen Offensiven. Ja, ist nicht so schlecht. Guter Dribbler. Das auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir einiges zu tun. Geändert der Spieltermin. Was haben wir denn? Eines unserer Spiele. Es wäre immer ganz schön gewesen, wenn du dabei geschrieben hättest, wer. Das wäre schön. Gut, 22. Februar. Das ist ein bisschen noch hin. Also nicht akut jetzt. Da haben wir Hertha. 1. März. 10. März. Was ist das Augsburg hier? Sorry. Ich habe wieder nicht hingeguckt. Steh doch da. So, Turnierpreisgeld. Was haben wir denn? Was? Ach so. Zusätzliches Transferbudget. 2,35 Millionen. Ja, man merkt, ich bin teilweise echt noch ein bisschen verwirrt. In der ganzen Geschichte hier. Aber da stand jetzt noch nicht gegen wen wir spielen, oder? Katja, reingucken. Kalender. Das müsste ja normalerweise irgendwo dann hier auftauchen, wenn das schon da sein sollte. Nee. Da haben wir es. Red Bull Salzburg. Klasse. Das ist ein gutes Los. Freue ich mich drauf gegen die Ösis. Ja, schönes Ding. Also, es war ein Unentschieden gegen Swansea City auf Weltklasse. Ich habe ein Tor geschossen auf Weltklasse. Das war sogar nicht irgendein Lümmelding. Das war wirklich mal schön rausgespielt. Linke Seite, Flanke, Tor. Ja, das macht Mut. Für die nächsten Wochen. Jetzt können wir das zeigen. Zu Hause gegen Hannover in der Bundesliga. Platz 10 ist es. Wir können auf Platz 8 springen, wenn alles gut läuft. Gehen wir es an. Bis gleich.